Oh, ist auf die Ewigkeiten. Hallo, ich hab Hunger. Oh, Essen. Sau geil. So. So, damit wäre der Hunger auch erstmal wieder gestillt. So, dann werden wir hier noch ein bisschen zimmern. So, prima. Das könnte richtig, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus mit dem Schnee. Das gefällt mir richtig gut. Nicht abhauen. Nicht abhauen. So, dann machen wir hier weiter. Bom, 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 bom. So, hier auch. Zack. Und zack. Und los geht's. So, dann können wir hier auch noch weiter zimmern. Du, 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 du. Ja, man hat uns zum Glück noch nicht gefunden. Boah, die haut aber richtig rein, die Axt. Alter. So, weg mit dir. Und zack. Und zack. Und berg rauf. Yeah. Und den hier holen. Zack. Ja, nimm mit. So. Okay. Oh, wir kommen der Sache immer näher. Ja, das finde ich geil. Das könnten wir auf jeden Fall noch schaffen in dieser Folge. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Und dann werden wir uns da dran geben, dass wir dringendst neue Verpflegung uns holen. Wow. Zack. Und los geht's. Und so eine Hütte hier mitten im Wald, hier in dem neuen, in dem Bergding, da finde ich auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee. Und deswegen gucken wir mal, dass wir das schaffen. Und dann werden wir das weiter erkunden. Und mal gucken, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Und dann werden wir hier weiter die Bäumchen weg. Ich glaube, zwei, drei Bäume, da müssten wir es eigentlich haben. Das wäre richtig cool. Jetzt fällen wir direkt mal in einem durch. Komm mal hin. Und, und, und. Okay. So, das klappt doch super. Wow. Wow. Wow, da kommen wir mal richtig schnell voran. Alter, das ist ja wohl mal richtig geil. Titi-titi-titi-titi-titi. So, da ist noch einer. Hier ist nur ein Baum. Und das war's? Nee, da ist noch einer. Wow, geil. Geil. So, 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 so. Okay, das war's, glaube ich, erstmal, ne? Okay, komm, noch einen Baum, dann haben wir's. Ich glaube, dann haben wir's, oder? Nee, nicht ganz. Okay, egal. Aber der Wind hört sich auch stark an. Und los! Nein, 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 nein. Das war klar, jetzt müssen wir da runterflitzen. Kannst du ja vergessen. Nee, beim Letzten muss es immer solche Probleme geben. Ja, super. Ui, willkommen! Willkommen, willkommen, willkommen. Ich rette dich, mein Baum. Äh. Deswegen haben wir auch nur Dreie gekriegt, wa? Du hast hier einen ins Wasser gefallen. Nicht wirklich, ne? Nee. Okay, also heißt das, wir müssen noch einen Baum fällen. Oh, super, ey. Ja, warum einfach, auch wenn's auch schwer geht, ne? Ach, was ist das wieder alles ärgerlich, ne? Aber egal. Dann hauen wir uns hier noch so einen Baum weg. Das schaffen wir auf jeden Fall schon. Oh, das find ich so hammergut. Dann haben wir das jetzt. Und dann können wir... So, dann haben wir endlich ein Häuschen, wo wir uns dann zurückziehen können. Okay, geil. So, dann haben wir das fertig. Und können hier rein. Und können sogar speichern. Und können hier rausgucken. So, das find ich schon mal gut. Jetzt müssen wir uns hier nur noch ein bisschen was bauen. Solche Gator-Dings da. Solche Locks. Lockslets. So, wann war das? Traps? Nein, Boats. Nein, nein, nein. Wo ist es? Wo ist es? Mhm, mhm. Nee, den Locks. Lockholder. Jawoll. So, den setzen wir uns jetzt am besten hier hin. So. Ja, war klar, dass wir dafür wieder... Nee, ist klar. Dafür brauchen wir natürlich wieder Stiggis. Warum hoffen, dass wir hier ordentlich was finden, durch dass wir die ganzen Bäume gefällt haben. Aber da wird man uns, glaube ich, äh, am Kopf blasen. Aber wir haben nämlich hier noch zwei Bäume. Oh, was ist das denn? Nee, kein Fliegenpilz. Da ist ein Stick. Also das nehmen wir auf jeden Fall, nehmen wir die mit. Und legen uns die hier hin, weil die werde ich denen nicht schenken. So, die rollen ja nicht weg. Dann können wir die nämlich dann in unsere... In unseren Lockding da reinpacken. Okay, gucken wir, ob wir hier was finden. Okay, hier ist nix. Dann nehmen wir... Ah, hier ist doch was. Ist überhaupt... Oh, einer. Wir müssen hier auf jeden Fall extremst aufpassen. Weil hier liefen sie auf jeden Fall rum. Ich frage mich, warum die hier rumlaufen. Wir müssen nochmal gucken. Hier ist der See. Nee, hier ist kein See. Hier ist der Fluss. Oh. Habe ich da was gehört? So, da haben wir wieder was. Dann haben wir noch einen. Dann haben wir noch einen. Oh, hier sind ganz viele. Oh, geile Kiste. So, acht Stück haben wir. Neun Stück. Zehn. Mehr können wir sowieso nicht mitnehmen. Wupp, 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 wupp. Schnell hier rauf. So. Ah, die Plattform. Ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht gewählt hier oben. Da sehen wir auf jeden Fall, wenn jemand kommt. Okay. So, dann machen wir das hier rein. Schwupp, wupp. Coole Kiste. Jawohl. Haben wir doch hier ein schönes, schönes Dorf. Äh, Dorf. Unseres Dings gebaut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen ausbauen. Das wäre ja alles mal gar nicht so schlecht, ne? Und mal gucken, was es hier noch so gibt. Aber wir müssen auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen was holen. Weil wir brauchen was zu trinken. Wir brauchen ein Stück. Da oben lief jemand. Da sind sie wieder. Ah, da sind sie wieder. Das sind, glaube ich, zwei Mann. Oh, Scheiße. Äh, der steht nur da rum. Jetzt haut er ab. Okay. Ich glaube, wir hauen besser auch ab. Schwupp. Oh, der kommt hier rauf. Der kommt hier rauf, warte. Tschüss, mein Freund. So schon mal nicht. Auf jeden Fall sehen die etwas anders aus. Die hat man auch überarbeitet. Du brennst. Brenn, mein Freund. Brenn. Und tot. So, der ist schon mal tot. So schon mal gar nicht, ne? Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Jetzt werden wir uns aber erstmal hier ein bisschen was noch hinzimmern. Feuer, Feuer. Die hier. Machen wir einen hier hin. Einen Stick brauchen wir noch. Einen Stick. Einen Stick. Ich will einen Stick haben. Bitte jetzt noch einen Stick und dann speichere ich ab. Versprochen. Oh, wir müssen was essen. Einen Riegel. Ah, kommt noch ein. Okay. Wir brauchen nur einen Stick. Danke. Ach, ist das geil. Wui. So, dann machen wir uns hier nämlich erstmal ein Feuerchen hin. Oh, oh, oh. Oh, da sind sie schon wieder. Ah, Kaka, Riti, Pipi. Ah, lelele. Aber die gehen an uns vorbei. Ich glaube, wir haben hier einen sehr unvorteilhaften Standort uns gewählt, weil die da und hier her wandern. Oder sehe ich das falsch? Ja, gut. Die sind erst mal wieder weg. Erstmal. Aber das heißt ja nichts, ne? Das kennen wir ja schon. Die kommen auf jeden Fall wieder, die Kollegen. Ist nur eine Frage der Zeit. So, wir machen mal Feuer an. Komm. Okay, so. Und dann machen wir uns am besten hier auch so ein Ding hin, ne? Oh, da drückt Beleuchtung innen drin. Cool. So, dann können wir hier auch so ein Ding hin. Oh, es ist kalt. Auch so ein Ding hinbauen. Wir haben keine Sticks mehr. Aber wir haben hier noch Pfeile. Dann können wir direkt mal noch ein bisschen gucken gehen hier. Da ist ein Stick. Okay. Also das ist echt eine gefährliche Ecke hier, glaube ich. Aber geil gemacht. Das sieht richtig, richtig cool aus. So, da haben wir noch ein Ding. Gator Sticks. Acht Stück. Warum acht Stück? Wofür brauchen wir acht Stück? Oh, cool. Das werden wir uns, glaube ich, hier auch beim nächsten Mal in Ruhe anschauen. Stein. Stick. Okay. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Es wird gleich dunkel. Also hier gibt es nichts. Oh, scheiße. Da ist wieder einer. Einzelne Patrouille. Die haben hier bestimmt ihre Wege durch die Berge. Ich denke das mal. Äh, ja. Dann sollten wir vielleicht besser da runter gehen. Bevor wir nämlich gleich Besuch bekommen. Oh, einer noch. Ich glaube das wieder nicht. So, den einen kriegen wir aber jetzt noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich höre hier an allen Ecken und Kanten irgendwas. Stein mitnehmen. Sticks. So, tschüss. So, jetzt werden wir abspeichern. Hier ist voll das Eis hier oben. Richtig cool. Zack. Lecker. Okay. Dann rein hier. Hä? Oh, Tür auf ey. Oh geil. So, dann haben wir auf jeden Fall hier. Schwubblebub. Hier können wir raus gucken. Und dann können wir hier erstmal speichern. Wenn er das macht. Ja. Sieht gut aus. Super. Und dann würde ich schon sagen. Ich mache an dieser Stelle jetzt einen kleinen Break. Wir haben hier auf jeden Fall eine tolle Aussicht. Richtig cool. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und euch hat die Map auch gefallen. Also ich werde die auf jeden Fall weiter erkunden. In der nächsten Aufnahme werden wir dann mal rausziehen. Und mal gucken. Was es hier alles so zu entdecken gibt. Dafür müssen wir uns aber erst noch ein bisschen besser ausrüsten. Weil wir haben ja auch nicht mehr so viel zu trinken. Wir sind ein wenig am Schwächeln. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das auf jeden Fall dann noch gelöst bekommen. So. Da können wir auf jeden Fall das Feuer schon mal von hier an machen. Da auch. So. Finde ich super. Wir haben auf jeden Fall hier einen schönen Standort. Gefällt mir richtig gut. Mal gucken was es dann gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Mach mal Tschüss zu alter. So. Mach mal Tschüss zu. So. Hervorragend. So. Dann bedanke ich mich noch mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.